Wir als Verein möchten die Gelegenheit nutzen, leider Gottes ein paar Leute hier verabschieden zu müssen. Und da ist als erstes zu nennen unser bisheriger Trainer der ersten Ländermannschaft, André Berger. Komm mal bitte her, André. Bitte Applaus von André, der viele, viele Jahre jetzt hier die Geschichte der ersten Ländermannschaft unschön eiliger Jugendteams geleitet hat. Und der André wird unseren Verein mit Ablauf dieser Saison nicht verlassen, aber nicht mehr Trainer der ersten Ländermannschaft sein. Er wird sich in Zukunft verstärkt dem Nachwuchs bei uns widmen und dort zwei Mannschaften übernehmen. Also er hat Pensum ohne Ende bei uns. Und da ist er auch schon, André. Ich möchte dazu bitte Boritz, den Mannschaftskapitän der ersten Mannschaft, nochmal herbitten. Des Weiteren verabschieden wir heute Trainerassistent, Physio, Mädchen für alles. Anne, Anne, komm mal bitte zu uns. Nicht so bequem. Applaus 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 So, und dann haben wir noch eine dritte Person, die wir heute verabschieden dürfen, würde ich mal so sagen. Und das ist unser zweiter Tore bisher, der Leo Ehrlich. Leo, komm mal bitte zu uns. Applaus 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 So, euch drei ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure Leistung, für euer Tool für die SG-Traktor und natürlich auch für das weitere Tool der SG-Traktor, in dem Fall, wo man André. Applaus Applaus So, wunderbar, danke euch. So, ich wünsche euch so viel gemacht hat und viel Glück und viel Erfolg im weiteren Stocklauf uns hier annehmen. Danke.